Folge der Reihe Seltsame Mundgeräusche mit Doxity Selbsame Was? Was ist das richtig kaputt, was ich in dem Moment runter bin? Ja, da stehen wir drauf Seltsame Mundgeräusche Freuen Sie sich auf die nächste Folge Wie diese Beräubungsvideo Agent, schalten Sie sich nicht aus Was, wenn Sie sich mit einem Knüppel auf den Kopf schlagen oder was? Ich seh da gerne zu, das beruhigt mich ungemein, da muss ich es nicht tun Magischer Feuerblitz kam vom Himmel Weiteres, seltsame Mundgeräusche Ja Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Scheiß Ey, warum schießt der auf mich? Ey Das ist cool Ja Wenn ich die alle treffe und dann haben sie nur so ein Putz Fliegen sie Ey, du da Ich muss unten Ich muss unten Ja, du musst unten Ich verstehe Ich verstehe Du musst unten Ich verstehe Wir müssen alle unten Du musst Boah Boah Ich bin völlig genäher von dem Nervigen. Nerv. Jetzt kommt er runter. Das war gefährlich, Mann. Ich stand da in der Nähe. Jetzt noch wieder hoch, oder was? Auf diesen krassen LKW. Und jetzt? Das ist der Gott. Ne, war das Seil. Sprechen wir nicht weiter darüber. Da war nix. Ich hab's mir trotzdem mal angeschaut. Ich wusste ja nicht, was du vorallst. Nee, kontaminierter Bereich. Oh, cool. Keine Ahnung, wie lange ich hier noch durchhalte. Oh. Sieht so aus, als hätte Isaac eine Abluft an einer Entdeck. Ich kann mein Schild einfach nicht richtig benutzen. Sie einschalten, um den Rauch loszuwerden. Pidu. 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 Mein Arm wackelt so lustig beim Schießen. Pidu. Bleiben Sie vom Rauch weg. Vom Rauch wegbleiben. Okay, ja, aber verstanden. Achso. Ich verstehe. Pidu. Sir. Map. Sir. Ja, Map. Strom fließt. Strom fließt. Boah, trifft der Typ auch mal was. Ich dachte, der kullert. Strom kullert wieder. Hallo. Wir sollten das jetzt kullern nennen. Ja, geht doch. Die sollen wir denn beschützen, wenn er sich selbst umbringt an dem Gas. Was? Ach, der ist dumm. Einfach dumm. Dann dreh ich mal in diesem Rädchen hier. Das ist eine Faktaturhaut. Wenn du die umdrehst, passiert gar nichts. Oh, verdammt. Das war alles, was ich tun konnte. Die Faktatur umdrehen. Ich dachte, ich würde diesen Neck... Ich habe es beim Möglichsten getan. Ja. Hey. Boom. Und du auch. Los. Ich guck auch zu. Alter. Ah, das war lustig. Für wen? Den. Na, den Sinn. Bist du den. 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 Hörst du das? Der macht auch seltsame Mundgeräusche. Prozent das sind keine Montagreischen wer kommen sie denn? Feuer! Momentan leuchtet einfach nur alles, Level up, Feuer, Explosion und... Leuchte Menschen! Das kommt immer von der krassen anderen Seite. Wieso Krasse? Krasse, Seite, oben! Ey, das ist nicht fair, wenn ihr mich von hinten geschießt! Arschloch! Wasser! Ja, das war ein Arsch! Arschkratzer? Arschkratzer! Boah, Dan ist furchtbar mutig, wie er sich hier hinter der Wand versteckt. Nein, nicht nachladen! Na, explodier! Los! Komm! Das war ein Rollen-Team wird Dan nach Haven bringen! Gehen Sie jetzt in den Hof und finden Sie die Kiste! Na ja, hält sich schon ein Cowboy, Mann! Cowboy! Cowboy, Dan! Aua, ich reden so! Ja! Ja, das ist bestimmt dieses Corona-Tor! Koromba! Koromba-Tor! Ja, dann müssen wir wohl da hinten durch! Irgendjemand hat dir verdammt normal gefurzt! Müssen wir da einfach reinrennen oder geht's oben nach oben? Äh, oben kannst du dann! Oben! Oben? Aber ich bin unten! Wie mach ich das jetzt? Erstmal durch den Geheimgang! Ja, supergeheimer Geheimgang! Damit haben Sie nie gerechnet, sonst hätten Sie ihn ja verschlossen! Oder Männer hier oben postiert! Oder zumindest das, was sie Männer nennen! Sind Sie auch Gegner, die uns gefährlich werden können? Nein! Oh, endlich ist Bären dabei! Dääh! Jetzt haben Sie keine Chance mehr! Dääh! Wir auch nicht! Ich bin nämlich fast in den Tod gestürzt. Oh, da ist ja jemand, hallo. Damn, the man. Damn. Ja, Verteidigung. Los, warte, Tür öff. Ich will dich erschießen. Los! Drücken, drücken, meine Güte. Leute, nicht ziehen! Drücken! Das steht doch an der Tür! Ja! Ich hab schon die Kanade griffbereit. Ja! Also, endlich! Ja, Feuer, ja? Du magst also Feuer mehr, mehr, mehr Feuer. Ja, mein Gott, komm! Ja, mein Gott, komm! ich schieße ihm auf Arsch also geht doch durch das Echo erfahren wir hoffentlich mehr Echo entdeckt Echo entdeckt da ich das ja erzählen uns mehr über das Schnau ok nur wie du was zum Teufel was ist das Abschalt nicht wieder da na 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 he 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 warte komische Mundgeräusche ja wir hatten keine Chance keine Chance hast du gesehen mit einem Tritt mit einem Tritt ist alles haben wir hier noch was ne da unten ist der Haupteinsatz hier haben wir jetzt freigeschaltet nichts gegen ihn unternehmen kann hier ist ne aus äh nachschublieferung da könnten wir grad mal hin vielleicht kann man noch was abkommt der Weg zum Haupteinsatz ha 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 das ist die hat es so schon ha 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 ich öffne mal hier eine Kiste die steht hier und ich möchte sie öffnen das ist meine Kiste Nachschublieferung eingenommen Nachschublieferung eingenommen Nachschublieferung eingenommen Wer schießt da auf mich? Warum? Oh Beutekoppel Oh Beutekoppel Oh Mächtegebäude Ach ja? Was cool ist? So ein Holz sein Cool Krass Also nicht so richtig Was fehlt der da hinten eigentlich? Irgendwas schießt da richtig krass ran Oh Ich kann uns hier in Deckung nehmen Uiuiui Wo kommt ihr eigentlich her? Was wollt ihr von mir? Oh sie Oh sie Nachschublieferung eingenommen Entschuldigung Entschuldigung Ich hab dich auch Registrierung Zusätzliche Feindkontakte Oh Ja Ah Was ist Krieg? Kisten öffnen des Krieg Registrierung zusätzliche Feindkontakte Fragt mal die ganzen Star Wars und FIFA Spieler Kisten öffnen des Krieg Oh meine Fresse ey Was ist dein scheiß Problem du? Bastard Entschuldigung Ich muss grad mal ausrasten hier Die ganzen Hu an Hu an Ha Th care T Hila Schubert Ist aber Leer Echt 생각en Gäste Ja Verlangen 들 Ange Di-git das ist was rotes erschießen das auch erledigt aber genau so wir können weiter geht es mit diesem komischen leuchten wo wir nichts aufheben können ja mit denen habe ich auch so probleme dummer wichser ohne scheiß er weiß halt jeder einer nicht was der andere macht oder gesagt hat oder wie auch immer ist alles ich habe schon mal die tür nach hinten geöffnet direkt in die große auf dem lkw hast du schon ich will das mal sie 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 die er schmutz auf der straße mitten auf der straße dein schmutz zehnmal alles alles misst ja 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 ich habe meine schrotflinte pech gar mal schauen wie man dieses schädel kommt weil das ist ja dann hier auch das letzte und das bedeutet hier nach müsste es noch ein kopfgeld geben wenn wir das jetzt machen alles misst elektronisches gerät ach guck mal da hängt was in der luft mal schauen ob ich das mit der schrotflinte treffe ah tatsache dafür kam aber nur müll raus violetter müll toll ah ja meine grafiken ist immer wieder nicht geladen das ding da oben ist einfach nur das ist äh total schwichte ja nix ja lass mich raten auf der anderen seite ist ein schloss ja bestimmt hier geht's nicht hoch hier um ecke gehen geht's bei dir hoch? oh ja ja hier ist ein tragbares da ist ein tragbares ein tragbares ein tragbares da war da war reichtum macht korrupt und vieles andere auch auch nur das kleinste bisschen macht und schon denken sie alle sie wären gott bist du gott wow du bist so mächtig du musst gott sein gott mit h ja gott da irgendwie müssten wir doch hier auf diese scheiß feuerleiter kommen oder? dann ging es doch da hoch kann man da irgendwo ein Seil schießen? Seil ich seh grad nichts ne 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 was muss ich hier tun was muss ich hier tun muss ich oder tun oder oder ein gelber kasten weil auf der anderen seite war ja wieder diese ähm dieses garagentor das ist ein anderes gebäude und dann durch dieses gebäude in das andere gebäude vielleicht wenn ich auf das höhere glättere und dann hier rüber spreche nein nein da würde ich mir alles brechen aber es wäre zumindest ein plan b ok ah ja doch hier oh nein was heißt hier damit hätte ich jetzt noch eine Waffe mit der ich treffe wieder zum LKW zum LKW zum LKW den du eben hattest wo du zur Pizza hochklintern wolltest ähhhh aber nicht konntest aber du konntest auf die andere Seite dann geht bestimmt gleich die Tür hier auf äh hier ist ein Kästchen da musste ich mal was anschießen oh nein da muss ich jetzt echt hier rüber auf das andere Dach um das Kastenteil da anzuschießen irgendwo oder was Pizza LKW ich bin bei Pizza LKW jetzt Pizza LKW also hier drü- ah ne da ist ein äh Seil ok das kann ich runter lassen dann kommen wir da hin und der Kasten der Kasten ist ja unter mir ok den kann ich aufschießen die Tür müsste jetzt aufgehen ja und hier ist noch eine Waffenkiste falls die dich interessiert ich weiß nicht kommt drauf an ich weiß nicht ich komm drauf an mächtig 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 boah das Geräusch überall die nerven mich dieses gepiepete piep 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 da sind sie wieder Mundgeräusche jaaa Mundgeräusche Mundgeräusche die fünfte Interessieren sie sich für mehr Wollen sie mehr wissen? Jaaa sei los Interruptos Sei los am Arschuss Krapfel 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 Sieht schon lustig aus Macht ausgetreten Arscher Schön wie man sieht ich von rechts an links versucht hab das Schloss zu treffen Oh das ist eine besondere Kröle Kiste Mit besonderes Punkt Ja Keine Ahnung, ob wir schon mal verpfand gelegt haben, aber es lohnt nicht. Das Ding wird die Arbeit enorm rationalisieren. Jetzt wird er aus diesem Wub-Wub weg. Wub-Wub. Ja, wir könnten theoretisch zum Safe-House teleportieren, wenn es hier oben nicht noch irgendwas gibt. Dann mache ich mal schnell Reise darüber. Das stimmt. Schnell los, Maximus Reisos. Auch wenn es halt trotzdem ewig dauert, müsste es schneller sein als Laufen. Lalalala, Laufen! Ich habe einen Umschlag, auf dem steht Danke! Aber wofür? Ja, das sind wir gleich heraus. Danke für diesen guten Morgen! Danke für diesen Talend-Arc! Ah! Wow! Einfach nur wow! Schnabidabi! Und... Knurukuk! Ja! Knurukuk ist auch aber sehr gut! Gut und wichtig! Knurukuk! Merke er sich das! Ich werde es nicht wiederholen! Na, jetzt sind wir hier wieder in diesem Bordellseef-Haus, ich verstehe schon! Gippies hier! Gippies und Schwodeln! Ich sag Schwodeln! Das gibt's gar nicht das Wort! Schwodeln! Ich sag Schwodeln! 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 Damit mir noch niemand ans Bein pissen kann! Und alles damit mein! Ja! Ich weide tatsächlich! Alles! 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 Was Neues! Vorsicht! Das Ziel hat ein Schild! Ja! Vorsicht! Ich hab ein Schild! Vorsicht! Was ist das? Ach, du hast eine Wiederbelebniszone gelegt! Ja! Ich weiß gar nicht warum ich sie hingelegt habe! Wahrscheinlich hattest du vorher was anderes auf der Taste und bist ausgesehen! Ach stimmt! Das ist mir nämlich eben auch passiert! Das Ziel neutralisieren! Sing! Da 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 da! Finde ich auch geil! Läuft du mehr! Ja, super! Seh ich auch! Das macht keiner so gut wie er! Oder es steht! Steht rum! Oder es! Hat ne Hose an! Ja! Atmet! Laut! Jetzt hab ich auch den Witz mit Zingen verstanden! Bin ich schon mal gefühlt! Bei dem nichts haben wir ihn jetzt alle verstanden! Außer Dad! Aber den versteht eh nix! Was? Da! Mehr! Mehr Bombs! Und packen! Und auch selber ab! Oh! Okay! Explodiert! Ja! Ja! Ich hab mich gerade gefragt, wie das ist, denn die auf der Leiter explodiert. Aber leider hat es nicht geklappt. Oh shit, sind hier viele. Ja, ja. Oh, 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 oh! Au, 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 au! Alle sind ganz froh. Oh shit! Oh, ich brenne! Nicht gut! Nein, da! Au, 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 au! Oh shit! Oh, oh, oh! Ich bin auch gleich tot! Ui, ui, ui! Das geilste ist, ich hab halt alle Waffen leer geschossen. Muss ja erstmal alles nachladen wieder. Alter! Wie bist du da hingekommen? Wie? Wo bin ich? Ich bin hier unten. Wie soll ich da hingekommen sein? Bist du da auch hingekommen? Warum nicht? Ich weiß auch nicht, was der für ein Problem hat. Wie bist du da auch gekommen ist die viel bessere Frage. Warum? Na, hier drin. Hier drin. Hier drin. Hier drin. Oh, die Munition nehm ich auch noch mit. Man weiß ja nie, wann man diese Mini-Bananen braucht. Oh, da ist ein Echo. Aber hier waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Und explodieren. Hey! Ja! Eieieiei. Warum krieg ich immer Feuer ab? Ich hasse Feuer. Warum immer ich? Das ist das Ziel, Agent. Jaaaa! Das kommt mir an, wo man sieht. Was ich mir einpacken muss. In meine Tasche. Diese Tasche. Ist das irgendwie pervers, wenn ich eine Tasche in eine andere stecke? Ich weiß nicht, was der Typ da hinten mit dem Flammenwerfer macht, aber es ist komisch. Nur warum versuche ich ihn anzuzünden mit meinem Flammenwerfer? Das ergibt keinen Sinn. Oh, Mann. Oh, Mann. Brumm. Schnapp sie! Nein, schnapp jemand anders. Oh, Mann. Brumm. Schnapp sie! Hey, das ist ja eine Drohne bei dir! Warte Scheiße! Schnapp jemand anders! Leck! Oh, fuck. Oh, shit. Das war's. Sofortige medizinische Hilfe. Oh, neilig. Agent kampfunfähig. Ja, kann's nix machen. Kann's grad nix machen. NICHT! 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 Achso! Ja. Äh. Das hat mich sofort aufgehoben. Jaaa! Perfekt! Deneutralisiert! Sehr gut! Jaaa! Gute Arbeit! Vielen Dank! Hast du irgendwie das... Hast du ne spezielle genommen, die sofort aufhebt oder was? Ja. Und sofort wirst du herstellen. Gut gemacht, Sheriff! Ja, 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 ja! Gute Arbeit! Jaaa! Ich bin jetzt ein Sheriff! Moment, so hat er mich heute früher genannt. Wann werde ich endlich befördert? Vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden es sehen. Bis dann! Ciao! Postão! Michael Zirgansgood. Christoph Veterans